Hallo zusammen, wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder die eine oder andere Figur für euch, damit ihr über die Feiertage auch was zu tun habt. Es werden noch ein paar weitere folgen. Wir beginnen mal, wir haben hier wieder ein bisschen umgeräumt bei uns zu Hause. Und Ina hat extra die ganz tollen Weihnachtssocken gehabt. Nein, das sind keine Weihnachtssocken. Nein, das sind Bärchensocken. Ich habe keine. Egal, muss nicht. Also wir sind im Discovox und versuchen eine Figur, beziehungsweise wir können sie schon, ihr versucht eine Figur. Beginnt wie immer an beiden Händen, Grundschritt und so weiter braucht man nicht erklären. Beide Hände gehen hoch, da haben wir den Unterwahn. Dabei greift er unauffällig um. Das heißt, er hat jetzt mit seiner Rechten ihre rechte Hand. Wir haben also am Anfang ganz normal, beide Hände, auf dem Höhepunkt quasi umgreifen hier. Rechte in rechte, linke in linke. Die Fortgeschrittenen kennen das als Tunnelhaltung. So, jetzt würde er hier an der rechten Hand eine Wasserhandführung tanzen. Die Dame in den Arm reinholen, hier eins, zwei, tap. Dann laufen wir ein Karussell, er rückwärts, zieht vorwärts. Beim zweiten Mal nimmt er die Hand über seinen Kopf. Macht sich ein bisschen kleiner, unauffällig. Stehen wir hier, tap. Jetzt dreht er linksrum aus, lässt die rechte Hand natürlich los, sonst geht es nicht. Sie dreht zu ihm. Die rechte Hand nehme ich jetzt hier. Die bietet sie mir quasi an, für eine kleine niedliche Caress. Hand auf ihrer Schulter. Mit dieser Hand kommt jetzt die coole Führung. Männer, die Hand hat mal los. Führen die Dame locker hier rüber. Und stoppen sie, sieht man jetzt natürlich super, am Ellenbogen. Wir müssen das mal andersrum machen. So, Caress. Sie wird jetzt hier geführt und hier gestoppt. Am Ellenbogen. Und jetzt einfach so nach hinten weg. Wieder in die normale Haltung rein. Sollen wir es nochmal komplett zeigen. Also ich hoffe, dass ich das mit den Händen schaffe. So. Danke. Also beide Hände unauffällig umgreifen. Wasserhandführung. Dame kommt rein. Er an der Stelle. Er geht rückwärts, sie geht vorwärts. Beim zweiten Mal Hand über den Kopf. Er dreht aus. Gegenüberstellung. Rechte Hand nehmen. Einmal Caress. Hand auf Schulter. Locker rüberführen. Andere Hand loslassen. Und wieder gegenbringen.